Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und wir reden ja auf diesem Kanal öfters mal über, ich sag mal, Speed Champions und Speed Champions Abklatsche. Und das sind ja meistens Rennwagen oder große Sportwagen. So, kleine süße Fahrzeuge mit Lizenz und im geschichtlichen Kontext findet man ja meistens dann nur von Kobi. Aber Kobi ist wieder diese andere Sache, weil Kobi ja eher diesen, ich sag mal, Modellbaucharakter hat mit diesen vielen Formteilen. Und davon sind auch nicht alle der große Fan. Und dann mein älteres Fahrzeug, lizenziert von einem Hersteller zu finden, der jetzt eben nicht Kobi ist, wird dann schon wirklich schwierig. Und ich hab dieses Mal wieder einen China-Eigenimport, gibt's aber auch in Deutschland zu kaufen. Und zwar von Kada, ein von Zitrön lizenziertes Produkt und zwar die legendäre Ente. Ich hab das wahrscheinlich schon an der Steinefarbe gesehen, wenn ihr das Set kennt. Und ich würde sagen, wir machen jetzt den ganzen Beutel einfach mal auf. Und zwar haben wir hier nämlich die Kada C55021, den Zitrön 2CV aus 278 Teilen. Die Anleitung ist leider ein bisschen ramponiert angekommen, wird dieses Mal an dem China-Eigenimport liegen. Das möchte die Kada jetzt nicht anlasten, weil wenn man es aus Deutschland kauft, wird man wahrscheinlich dieses Problem hier nicht haben. Trotzdem bezahlt man in Deutschland auch gerne mal 8 Euro mehr und das Set kostet an sich, wenn man es aus China importiert, selber nur 10 Euro. Was jetzt auch kein Schnäppchen ist für 298 Teile. Die Rückseite der Anleitung habt ihr ja schon gesehen, ist nicht sehr viel Spannendes dabei. Sehr schade ist, und das würde ich jedem Hersteller angreifen, ob es Lego ist, ob es ein anderer Hersteller ist, wir haben Sticker. Und das hier ist ein Vitrinen-Set und ein lizenziertes Set. Und hier ist mal wieder leider alles, was mit der Lizenz zu tun hat, mit Stickern gelöst auf den ersten Blick. Und das ist wie immer furchtbar schade und das gehört in so ein Set halt einfach nicht rein. Für den Preis hätte man das gerne auch printen können. Und ihr könnt mir mal wieder nicht erzählen, dass man dieses Set zum Ausschlachten kauft. Dementsprechend auf die Diskussion lasse ich mich in dem Punkt überhaupt nicht ein. Wenn wir uns die Anleitung hier so anschauen, ist wie bei Kada wie immer alles ausgegraut, was schon gebaut wurde. Und was gebaut wird, wird in Vollfarbe dargestellt. Obwohl auch hier das Gelb in der Anleitung doch relativ blass wirkt im Vergleich zum Original. Natürlich haben wir hier aber nur das eine Gelb. Dementsprechend wird es da keine Probleme geben, Teile rauszufinden. Ansonsten haben wir 41 Seiten und 55 Bauschritte. Und hinten dann nochmal so eine kleine Teileliste. Könnt ihr euch wie immer gerne anhalten, wenn euch das Ganze interessiert. Dann haben wir natürlich noch die Teidetüten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, über die Teilequalität mache ich mir bei Kada relativ wenige Sorgen. Und schön ist auf jeden Fall, die Scheibe ist einzeln verpackt. Also ich gucke sie mir dann natürlich beim Bau nochmal genau an und wir reden auch nochmal drüber. Aber das wird wahrscheinlich einigen Kratzern schon mal vorgebeugt haben. Ich würde sagen, ich fange jetzt auf jeden Fall an zu bauen. Und wir sehen uns dann beim ersten wichtigen Bauschritt wieder. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei dieser Review. Und wir sind jetzt fertig mit Bauschritt Nr. 30. Wir sind also knapp über der Hälfte schon. Und man sieht, wir sind auch schon ganz gut vorangekommen. Und zwar haben wir die ganze Unterkonstruktion soweit schon mal gebaut. Die ganze Frontpartie mit Motorhaube ist soweit fertig. Dann ein bisschen was von der Inneneinrichtung ist gebaut. Und die Heckpartie mit dem Kofferraum. Und den Schlussleuchten ist fertig. Ich entschuldige mich auch schon mal an deinem inneren Monk für diesen Anblick. Aber das gehört auf einem guten Bautisch bei mir einfach mal dazu. Und ich habe ein paar Sachen, die ich eigentlich relativ bemerkenswert finde. Die sind jetzt nicht direkt schlimm. Die sind einfach nur relativ lustig. Wir können uns das schon mal in der Anleitung anschauen. Schaut euch zum Beispiel mal an, wie Fliesen in der Anleitung dargestellt sind. Ich weiß jetzt nicht, welchen Sinn das verfolgt. Auf jeden Fall ist da jede Fliese in der Anleitung, wenn man sich verbaut, auf den Kopf gestellt. Ist jetzt einfach, wie gesagt, eine bemerkenswerte Sache. Ist einfach mal was Lustiges. Stört jetzt nicht groß. Dann haben wir aber auch solche Bauschritte, wo wir immer nur die Teile von hinten sehen und draus setzen. Verstehe ich auch den Sinn nicht so richtig. Also dafür gibt es ja nun dieses Teile-Dreh-Symbol, das Kada scheinbar noch nicht kennt. Ist aber auch wieder so eine Sache. Es ist ein bisschen merkwürdig, aber es stört nicht. Man bekommt es deshalb trotzdem gebaut. Was eine wirklich coole Sache meiner Meinung nach ist, wir haben hier auf jeder Noppe Kada stehen. Das macht das Ganze einfach nochmal so ein bisschen hochwertiger und Kada traut sich eben das bei seinen Steinen so draufzuschreiben. Und das hat auch einen Grund. Und der Grund ist einfach, dass wir vom Baugefühl hier eine hervorragende Steinequalität haben. Wir haben eine Top-Klemmkraft und trotzdem ein gutes Baugefühl. Es ist nicht so, dass man die zusammenpressen muss und deshalb keinen Spaß hat und trotzdem halten sie richtig gut. Also die müssen sich ja nicht verstecken von der Steinequalität, von der Klemmkraft her. Das Aussehen ist auch wirklich in Ordnung. Die Farbabweichungen halten sich bei dem Gelb in Grenzen. Was ihr jetzt so an Farbabweichungen seht, kommt eigentlich nur vom Licht. Also wenn wir es direkt so anschauen, das ist wirklich in Ordnung. Denn da hatte ich zuerst meine Bedenken, weil dadurch, dass wir hier eigentlich von der Form was relativ Schwieriges nachzubauen haben, sind natürlich viele verschiedene Steine-Typen auch mal nah nebeneinander. Und wenn da zwischen den Steine-Typen eine große Farbabweichung ist, wäre das sofort aufgefallen. Aber das ist hier wirklich sehr gut gelungen. Was mir jetzt vom Aussehen nicht so gefallen hat, sind diese schwarzen, in Anführungsstrichen, Clear-Teile. Man kann halt nicht wirklich durchgucken, das soll man auch nicht unbedingt. Aber warum hat man auf diesen Teilen hier diesen Text stehen? Ich finde, das macht es nicht unbedingt schöner. Ebenfalls haben wir ein Fehlteil gehabt. Ihr seht das hier unter dem Lenkrad, ist eine weiße 1x2er Plate verbaut. Eigentlich wäre dort auch so eine graue Plate. Die fehlt aber leider im Set. Deshalb habe ich da jetzt einfach die weiße reingebaut. Das stört keinen, davon haben wir kein großes Problem. Aber trotzdem sollte so ein Set eigentlich ohne Fehlteile auskommen. Ich hätte es natürlich auch noch in Grau holen können, wenn es jetzt so wichtig wäre. Aber ganz ehrlich, wen wird das im fertigen Set dort stören? Niemanden. Vielleicht ist da ja bei euch die Chance gekommen, für die eine 1x2er Plate in Gelb, die ihr von irgendeinem bunten Lego-Set übrig habt und vielleicht jetzt hier reinbauen könnt und richtig viel Freude damit habt. Etwas, was ich sehr schade finde und was mir beim Bau immer mehr aufgefallen ist, ist, dass wir hier doch gut mal Teile-Treiberei betreiben. Hier werden zwei graue 1x2er Plates genutzt, obwohl man auch genauso gut diese 1x4er Plate hätte nehmen können. Ich meine, es wird hier vom Verpacken nicht teurer, dadurch, dass man die 1x4er Plate genommen hat. Das ist ja sonst so immer die Argumentation, wir müssen auch mal zwei kleine Teile nehmen, um was Großes zu bauen, weil sonst die Verpackungskosten zu hoch wären vom Einsortieren. Das haben wir hier nicht, weil hier sind aber beide Teile-Typen drin und hier wurden nur die 1x2er genommen, damit man am Ende eine höhere Teileanzahl auf dem Set stehen hat. Und das ist natürlich nicht das einzigste Beispiel, aber solche kleinen Sachen summieren sich halt. Und das ist natürlich jetzt nicht Teile-Treiberei im schlimmsten Sinne, aber es ist Teile-Treiberei. Wir haben auch generell hier relativ kleine 300 noch was Teile, liegt natürlich daran, dass man diese Form hier darstellen muss und da auch mal kleine feinere Teile braucht, wenn man eben nicht mit Formteilen arbeitet. Der letzte Punkt ist noch, wir bauen hier eigentlich alles immer so in Modulen und setzen sie dann auf die Basis drauf. Und da hatte ich am Ende einfach Angst, weil wir dann einfach immer sehr viele Noppen aufeinandersetzen, die auch noch von verschiedenen Teilen stammen und man dann das Risiko hat, dass man da wirklich stark drücken und quetschen muss, damit es am Ende passt. Das haben wir hier nicht. Hier ist es sogar das ganze Gegenteil. Es passt so gut, dass es am Ende einfach unglaublich befriedigend ist, das Ganze zusammenzusetzen. Das war auf jeden Fall der kleine Zwischenschritt und ihr seht gleich das fertige Set, wenn nicht noch irgendwas ganz Wichtiges dazwischen kommt und dann gibt es wie immer eine Kaufempfehlung oder nicht Kaufempfehlung. Und fertig ist die Ente von Kada und ich muss sagen, man muss dieses Set aus wirklich zwei Blickwinkeln betrachten und kommt auch bei beiden Blickwinkeln im Endeffekt zu einem völlig verschiedenen Ergebnis. Einmal muss man das Ganze nämlich als Lizenz-Set betrachten, also als die Ente mit Zitrönen-Lizenz und einmal als generischer Oldtimer, sagen wir es mal. Das Ding ist, der Bau hat durchaus sehr viel Spaß gemacht, was an der Teilequalität liegt, was daran liegt, dass man hier relativ massiv baut und das am Ende wirklich ein schöner, fester, kompakter Wagen ist. Von der Konstruktion gibt es hier eigentlich überhaupt nichts zu bemängeln, außer eben aussehenstechnisch. Aber da reden wir gleich drüber, wenn wir über das Set als Lizenz-Set reden. Wir reden erstmal über den generischen Oldtimer in Anführungsstrichen. Was wir so an Funktionen haben, völlig logisch, er kann rollen, eine Lenkung ist natürlich nicht drin. Dann kann man hier vorne die Motorhaube öffnen und wenn man die Motorhaube öffnet, hat man da auch so einen kleinen Motor mit drin. Das ist sehr schön und finde ich einfach für die Teileanzahl ein schöner Detailgrad. Und hinten kann man die Heckklappe öffnen und man hat dann dort nochmal so eine kleine wie Kamera reingelegt. Ja, die ist jetzt aber nicht vom Detailgrad so super spannend, dass wir da unbedingt drüber reden müssten. Dann gibt es zu dem Set noch diese Figur hier. Das ist eine typische Dekada-Figur, die ja auch mehr Funktion hat als eine Lego-Figur. Zum Beispiel kann man hier den Kopf so richtig mit einem Gelenk festmachen und drehen. Und ansonsten kann man natürlich die Arme und Beine bewegen, wie bei einer Lego-Figur. Ja, die ist relativ generisch, hat eine Brustbedruckung und Rückenbedruckung, die Beine und Arme sind nicht bedruckt. Ist schon in Ordnung. Vom Style passt sie auf jeden Fall zu so einer Ente. Und dann gibt es noch so eine schöne bedruckte Fliese. Wieder einmal, ich verstehe es nicht. Warum ist das ein Sticker und das hier hinten ein Sticker? Und dann bedrucken wir die Fliese. Ist fast so wie bei Lego, wo man die Sticker-Logik einfach hinterfragt. Warum kann man das bedrucken, was wirklich schön geworden ist und das nicht? Stickermäßig muss man auch sagen, dass wir hier vorne leider über zwei Steine kleben, was ja nie so schön ist bei einem Sticker. Und hier hinten kleben wir zwar nur über ein und die Sticker-Qualität ist ganz in Ordnung. Also ich mache sie ja jetzt in letzter Zeit immer drauf, weil in so einer Review möchte ich euch dann auch gerne sagen, ob die Sticker wenigstens was taugen, wenn ihr sie drauf machen wollt. Und das ist im Endeffekt der ganze Umfang. Und wenn das jetzt ein generisches Set wäre, wie gesagt, generischer gelber Oldtimer, unlizenziert für, sagen wir mal, 7 bis 8, vielleicht auch noch im höchsten Maße 9 Euro, würde ich sagen, okay, damit werdet ihr Spaß haben. Jetzt haben wir aber das Thema, wir haben hier ein Lizenz-Set. Und vor allen Dingen noch ein Lizenz-Set, was eigentlich dafür gebaut ist, um im Regal zu stehen und dort gut auszusehen. Und jetzt glende ich euch mal ein Bild von einer Ente seitlich ein und dann schaut euch mal das hier seitlich an. Und man kann in dem Fall dem Designer überhaupt keinen Vorwurf machen. Das ist ähnlich wie der Fiat 500, den Lego rausgebracht hat. Solche Fahrzeuge mit so einer Form sind in dem Maßstab in Glemmbausteinen einfach leider zum Scheitern verurteilt. Wir haben mehrere Probleme. Das ist natürlich alles viel zu eckig. Dann haben wir an einigen Stellen so wirklich unschöne Lücken und Kanten drin. Ebenfalls haben wir hier vorne so eine Lücke drin. Das schafft man nicht geradeaus zu richten, beziehungsweise wenn man es geradeaus richtet, hat man hier einen Spalt. Dann passen die Proportionen von den Fenstern überhaupt nicht. Und auch dieser Übergang. Also ganz ehrlich, es sieht nachher nichts aus, oder? Es sieht von vorne in Ordnung aus. Es sieht von hinten in Ordnung aus. Da kennt man auch eine Ente. Aber ich will das Set ja nicht nur von vorne anschauen. Man stellt sich es ja dann immer so schön so halbseitlich rein. Und da sieht es dann leider nach Morx aus. Auch das hier ist viel zu breit. Das steht viel zu weit über. Und passt halt proportionsmäßig leider überhaupt nicht zur Ente. Und das wäre überhaupt kein Problem. Wie gesagt, wenn das ein generisches, relativ günstiges Set wäre, wäre es überhaupt kein Problem. Man hätte eine gute Teilequalität, könnte damit ein bisschen spielen und hätte Spaß. Aber das haben wir hier nicht. Das ist ein Lizenzset, was man immer wieder mit dem Vorbild messen kann. Und das schafft man leider mit dieser Steinanzahl nicht nachzubauen. Das ist nicht die Schuld des Designers. Das ist die Schuld der Idee. Dass man überhaupt die Idee hatte, das hier aus Dämmbausteinen herzustellen. Und das ist furchtbar schade. Weil ohne die Lizenz zu einem anderen Preis, wie gesagt, hätte ich euch hierfür eine Kaufempfehlung gegeben. Ohne ein schlechtes Gewissen. Natürlich dann ohne den Citroenprint, in Anführungsstrichen. Ohne den Zitronensticker, dann hätte man auch die Plakette hier nicht unbedingt gebraucht. Dann wäre es in Ordnung gewesen. Aber das ist leider zu wenig. Und Kada weiß ja selber, dass es hässlich aussieht von der Seite. Deshalb ist das hier auch so schön retuschiert. Wenn ihr natürlich das Set selber besitzt, dann schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Kann ja auch sein, ihr seht das ganz anders oder habt vielleicht auch ganz andere Erfahrungen, wie ich gemacht. Und natürlich könnt ihr wie immer einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Haut rein. Euer Valleybrick. Es ist Herbst, es ist warm, mir ist dennoch kalt. Gerade wenn ich morgens aus dem Bett raus falle. Dann gibt es zu dem Set noch diese Figur hier. Ist eine... Vom... Und jetzt glänne ich euch mal ein Bild von einer Ente seitlich ein. Nein, doch. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh.